Ist das Move-to-earn-Projekt Amazing gerade langsam, aber sicher am Sterben? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man mal einen Blick auf den Token wirft, ist das wirklich alles andere als gesund. Aber was ist eigentlich der Grund für den starken Absturz und was kann den Token bzw. das Projekt jetzt noch retten? Genau darum soll es in dem Video gehen. Also Freunde, let's go! Okay, zunächst also erstmal einen Blick auf den Token, auf den AMT-Token. Und aktuell steht der bei 0,1379 und wir haben hier einen täglichen Abfall von 5%. Und tatsächlich, diese minus 5% ist tatsächlich auch das Problem, was wir jeden Tag sehen. Hier sind wir jetzt einmal im Daily Chart und wir können sehen, dass hier wirklich konstant immer abverkauft wird. Und es gibt leider nur ganz schwache Gegenbewegungen. Es gibt immer diese kleinen interessanten Peaks. Darauf komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir uns das Ganze jetzt aber einmal im Ein-Monats-Chart an. Sieht das Ganze wirklich sehr gefährlich aus und absolut nicht gesund. Wir hatten jetzt hier oben einmal eine sehr, sehr, sehr konstante Phase. Wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann war es ungefähr so Ende September, wo wir jetzt hier einfach plötzlich immer so eine wunderschöne Talfahrt hingelegt haben. Dann haben wir uns hier nochmal kurz konstant seitwärts bewegt und dann gab es einen heftigen Drop. Und jetzt gibt es halt wirklich nur noch eine Richtung und wir droppen jetzt hier langsam unter die 0,15. Und mittlerweile sind wir jetzt bei, wie gesagt, 13,79 Cent angekommen. Wenn wir uns den Token jetzt auch einmal sozusagen auf seine gesamte Lebenszeit anschauen, können wir sehen, dass wir jetzt hier bei ungefähr 55 Cent gestartet sind. Dann haben wir uns hier wirklich in den ersten Monaten recht seitwärts bewegt. Und dann kam es auf einmal diesen Boom-Moment, wo sich wirklich alles gelöst hat und wir wirklich nur noch diese eine Bewegung gesehen haben. Und ich muss wirklich sagen, und da möchte ich einmal drauf eingehen, direkt jetzt schon am Anfang. Eine Sache finde ich tatsächlich merkwürdig. Denn warum haben wir denn hier wirklich so eine stetige Seitwärtsbewegung und auf einmal stürzen wir ihn so krass ab? Okay, eins ist natürlich klar. Am Anfang ist es so, alle minten ihre Sneakers, alle kaufen ihre Sneakers. Dann wird halt immer fleißig der AMT-Token ja wieder reinvestiert, um dein Level zu steigern, damit du im Endeffekt sozusagen noch mehr Tokens verdienen kannst. Viele haben, wie gesagt, auch weitere Sneakers gemintet. Denn es ist ja im Endeffekt so, je mehr Sneakers man besitzt, desto mehr Energie steht dir zur Verfügung. Und mit umso mehr Energie kann man halt sozusagen auch mehr Tokens verdienen, weil man sich länger am Tag sozusagen mit seinen Schuhen bewegen kann. Das Ganze ist halt ganz logisch. Am Anfang wird viel investiert. Dann gibt es halt eine Strategie, jeder setzt sich sein Ziel, ab welchem Zeitpunkt er anfängt, sag ich mal, auszuzahlen. Und ich denke mal, dieser Punkt war jetzt hier bei den meisten Ende September. Und die ersten haben jetzt hier wirklich angefangen halt zu verkaufen, womit dann eigentlich schlussendlich auch ein großer Verkaufsdruck entsteht. Weil ja alle gesehen haben, oh mein Gott, der Token fällt ja. Ich wollte eigentlich noch so viel reinvestieren. Ich hatte noch so große Pläne. Ich wollte mir noch zig neue Schuhe anschaffen. Aber, oh Mann, der Token fällt. Also sollte ich jetzt auch unbedingt mal auch ein wenig Gewinne realisieren. Denn ich habe ja sozusagen auch einen gewissen Einstiegspreis hier für das Projekt gezahlt. Und ich möchte ja jetzt nicht am Ende des Tages mit einem Minus aus dem Projekt rausgehen. Was ich aber jetzt wirklich einmal erwähnen möchte. Und ich verstehe nicht, warum da keiner so wirklich drüber gesprochen hat. Schauen wir uns das hier einfach mal ein bisschen genauer an. Und zwar gibt es hier immer diese auffälligen Peaks. Schauen wir uns also zum Beispiel einmal den Zeitraum Ende September an, kurz vor dem großen Drop. Hatten wir immer diese Up and Downs. Und ich muss wirklich sagen, wie gesagt, irgendwie wurde nie groß im Discord darüber diskutiert. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass automatisch die Entwickler immer, wenn es wieder gedroppt ist, gegen gekauft haben, um diesen Token einfach stabil zu halten. Denn es ist ja nichts wichtiger als ein Projekt mit einem stabilen Token. Denn ich muss ganz ehrlich sein, wer möchte denn in solch ein Projekt investieren, wo ich nur diesen Downtrend sehen kann. Denn ich meine, ich kaufe mich irgendwo hier ein, dann kann ich dabei ausgehen bei einem wirklich sehr guten Move-to-Earn-Projekt. Da hat man sozusagen seit 30 Tagen wieder seinen Return on Investment. Nach 30 Tagen sind wir aber hier unten. Das heißt, der Token ist nur noch halb so wenig wert, wenn nicht sogar noch weniger. Das heißt, mein Return on Investment verlangsamt sich aber auch wiederum ums Doppelte oder ums Vierfache. Weshalb aktuell sozusagen ein Return on Investment zu erreichen, nicht gerade einfach ist. Und somit auch sehr unattraktiv ist, für neue Investoren in das Projekt einzusteigen. Und genau dieses Problem hat aktuell Amazie. Denn es müssen neue Spieler in das Projekt kommen, damit einfach wieder neue Spieler neue Schuhe kaufen. Der Marktplatz ist extrem überflutet aktuell mit Schuhen. Das heißt, es herrscht ein Überangebot. Und neue Schuhe mitten ist somit nicht mehr lukrativ, weil ja keiner mehr die Schuhe kaufen möchte. Und alle verkaufen gerade einfach wie wild ihre Tokens. Warum denn auch nicht? Weil einfach eine Riesenpanik herrscht und wir auch einfach keinen Boden mehr sehen. Das Wichtigste wäre also sozusagen jetzt neue Investoren, neue Spieler, die einsteigen, die Schuhe kaufen, die Token reinvestieren. Aber bei diesem aktuellen Graphen, wenn man sich das hier Ganze anschaut, in diese Talfahrt möchte man natürlich ungern einsteigen. Das heißt, was jetzt aktuell passieren muss, ist, dass hier erstmal ein Boden gefunden wird. Das heißt, dass wir uns hier wirklich, wenn wir uns den Tagesschart anschauen, hier erstmal wieder ein bisschen Gegenbewegung sehen. Und dann hier uns seitwärts bewegen, aber nicht jeden Tag für Tag minus 5% machen. Und da muss sich das Entwickler-Team von Amazie tatsächlich mal ausführliche Gedanken machen. Haben sie ja tatsächlich auch schon. Ich meine, es heißt ja auch, dass sie ein riesen Influencer-Marketing-Team haben. Sie haben ja zig viele Influencer in der Pipeline. Das Ganze können wir uns ja auch mal ganz kurz angucken auf Instagram mit Millionen von Follower, Celebrities, Krypto-Spezialisten und natürlich auch die TikToker dürfen nicht fehlen. Das heißt, hier haben wir eine unglaubliche Reichweite von Millionen von Followern. Wenn man sich jetzt auch mal die ganzen Aktivitäten anschaut, ich muss ganz ehrlich sagen, von den ganzen Influencern, die ich euch zeigen kann, habe ich nicht einen Post von denen gesehen. Es gab vor kurzem jetzt Aktivitäten, aber da haben wir tatsächlich eine Reichweite von, weiß nicht, ein paar tausend Followern gehabt. Und die haben dann einen Instagram-Post gemacht, wie sie dann, ja, mit einem Amazie-T-Shirt laufen waren. Und das war dann die gesamte Influencer-Aktivität. Da muss ich leider sagen, das ist ein wenig zu wenig. Da wurde uns tatsächlich mehr versprochen. Das Team von Amazie muss es also schaffen, dass wieder mehr AMT-Tokens geburned, also reinvestiert werden in das ganze Ecosystem, in das ganze Wirtschaftsmodell, in die App, anstatt dass halt wieder konstant alle Tokens auf den Markt geworfen werden. Das Einzige, was wirklich gerade aktuell in der Pipeline ist, dass in näherer Zukunft bzw. ja, im November die Gems, die Edelsteine, die Sockel, wie man es auch immer nennen mag, auf den Markt kommen sollen. Das heißt, du kannst dann sozusagen deine Schuhe damit upgraden und nochmal, sag ich mal, verstärken. Das Ganze ist ja in diesen Mystery-Dropboxen, wie man es auch immer nennen mag, die man ja belohnt bekommt, wenn man einfach draußen aktiv ist. Um die zu öffnen, braucht man einen AMT-Token, was sozusagen damit ein schönes Burning-Mechanism ist. Aber wie gesagt, das Ganze kann auch nicht auf lange Zeit gut gehen, weil ja, wir schaffen es dann wieder kurz, Tokens zu burnen, aber die Schuhe werden ja auch immer umso stärker. Das Ganze dauert dann wieder, verschiebt sich dann wieder, sag ich mal, so um vier Wochen. Das heißt, wir können jetzt hier einen kleinen Hype, kleinen Pump bekommen, aber danach ist das Ganze ja auch wieder nicht nachhaltig. Deswegen da wirklich langfristig gesehen sehe ich für Amazie gerade nichts Gutes. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sie hier schon wieder so ein bisschen den Reißlein-Move ziehen und tatsächlich einfach sagen, wir arbeiten schon wieder am nächsten Projekt. Wir bringen einfach eine neue App auf den Markt, am besten einfach auch mit einem neuen Token, denn das alte Wirtschaftsmodell von dem Token, ja, es ist schwer, es ist schwer. Und tatsächlich gab es vor kurzem auch schon ein Announcement von dem Fight Club und ich dachte erst, das wäre ein extra Future für Amazie, für die Move-to-Earn-App, aber es soll wohl tatsächlich eine komplett neue App werden, viele Informationen, leider gibt es aktuell dazu, leider noch nicht. Ich hatte dazu tatsächlich auch einmal im Discord nachgefragt und da musste ich wirklich lachen, denn ich meinte, hey Leute, wie sieht es eigentlich aus mit dem Fight Club, gibt es da irgendwie schon neue Infos, wird uns jetzt hier wieder was Neues versprochen und es hieß einfach nur, Regel Nummer 1, über den Fight Club redet man nicht. Das Ganze ist natürlich jetzt doppelt deutlich gemeint, angelehnt an den Film Fight Club, aber irgendwie hat es auch einen Hauch von Wahrheit. Die berechtigte Frage, die sich jetzt natürlich stellt, hey Nick, verkaufst du deine Schuhe, steigst du jetzt aus dem Projekt aus? Und ich muss tatsächlich sagen, meine Antwort ist nein. Ich habe tatsächlich viel Gewinn mit dem Projekt erzielt, ich meine, ich könnte jetzt alle meine drei Schuhe verkaufen, das Ding ist nur tatsächlich, die Preise sind auch so stark gefallen und ich habe ja bereits meinen Return on Investment erreicht, das heißt, emotional bin ich auf jeden Fall gelöst von dem Projekt und kann jetzt sagen, okay, ob ich jetzt 50 oder nochmal weitere 100 aus dem Projekt herausziehe, ist für mich tatsächlich jetzt nicht so von der Kopfsache kein großes Ding. Ich bleibe tatsächlich auch erstmal weiter in diesem Projekt drin, ich bin sehr froh über meinen Ranger, der hat wirklich extrem gute Stats und wenn das Ganze jetzt mit diesem neuen Sockel, Edelstein, wie man es auch nennen mag, kommen kann, könnte ich mir, wie gesagt, nochmal vorstellen, dass nochmal ein Pump kommt in Kombination mit meinem Ranger. Ich werde auf jeden Fall täglich weiterhin spazieren gehen. Aktuell bekomme ich beim Ranger mit 4 Energie 40 Token, bei den aktuellen Preisen sind das jetzt noch ca. 5 Dollar am Tag, hochgerechnet sind das noch 150 Dollar, also sage ich auch da, das nehme ich noch sehr gerne mit. Und zu guter Letzt ist natürlich die Frage, die immer gestellt wird, hey Nick, lohnt es sich denn jetzt deiner Meinung nach in dieses Projekt einzusteigen? Und da muss ich ganz klar sagen, das ist auf jeden Fall erstmal deine Entscheidung, du solltest dich erstmal tiefer mit dem Projekt auseinandersetzen. Natürlich könnte es sein, dass sich das Ganze irgendwann nochmal erholt, aber ich würde tatsächlich auch erstmal abwarten, bis wir hier tatsächlich eine Seitwärtsbewegung sehen, sich der Token einfach ein wenig stabilisiert, denn solange wir wirklich diesen Schneeball haben, der einfach nur am Rollen ist und immer immer dicker wird und unaufhaltbar ist, dann würde ich sagen, ist das aktuell wirklich kein attraktiver Zeitpunkt einzusteigen. Da gibt es andere Projekte, glaube ich, die wirklich deutlich lukrativer sind. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass genau das, was wir bei Amazie sehen, so ein bisschen das Grundproblem an Move to Earn ist, dass wirklich immer die Nachhaltigkeit der Tokens sehr schwer gewährleistet werden können und ich denke, dass Move to Earn sich auch wirklich in den nächsten Monaten und Jahren noch dramatisch weiterentwickeln wird, damit es nicht einfach immer nur darum geht, Move to Earn, sondern auch vielleicht mal mehr in die Richtung Move and Earn. Also, kommen wir zum Fazit. Eins ist klar, die aktuelle Gesundheit, also die Stabilität des Tokens ist alles andere als gesund. Es wird so viel mehr verkauft, als sozusagen eingekauft. Sprich, Angebot und Nachfrage ist komplett aus dem Gleichgewicht. Um das stoppen zu können, brauchen wir erstens neue gute Futures, Burning Mechanism und definitiv neue Spieler. Problem ist aber tatsächlich, dass das Entwicklerteam von Amazie wirklich Profis da drin wieder sind, etwas zu versprechen. Die Umsetzung, das Influencer-Marketing und natürlich die Roadmap steht hier auf jeden Fall im Widerspruch. Aktuell, der Einstieg in Amazie, würde ich auf jeden Fall als großes Risikoinvestment betiteln. Wohin hier die ganze Reise geht, kann aber keiner sagen, auch nicht meine Glaskugel. Ich bleibe auf jeden Fall erstmal drin, verkaufe nicht meine Sneaker und sobald es hier wieder neue Updates gibt, das heißt der Fight Club Release wird oder die Socke, die Edelsteine auf den Markt kommen, werde ich auch wahrscheinlich da nochmal euch wieder auf dem Laufenden halten und hier grundsätzlich euch weiterhin über das Projekt Amazie informieren. Also, wenn du das nicht verpassen willst und noch nicht abonniert hast, auf jeden Fall einmal den Kanal Nikcoin abonnieren. Falls dir das Video interessant war, geholfen hat oder du mich einfach grundsätzlich unterstützen möchtest, dann gerne einmal einen Daumen nach oben und abschließend würde mich noch interessieren, was sagst du zu diesem stetigen Token-Drop? Wird das Projekt sich noch fangen oder ist es in deinen Augen ein langsamer Tod? Wenn du Lust hast, dich mit einem neuen Movetour-Projekt auseinandersetzen, welches gerade wirklich frisch auf den Markt kommt, dann kann ich dir auf jeden Fall einmal dieses Video empfehlen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, euer Nek.